Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency-Video, ich höre euch heute auf von dem Kanal. Und ja Leute, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, denn wir behandeln heute nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar diese riesige Marktmanipulation, die wir ja gestern Morgen gesehen haben. Ich habe ja dann direkt nach dem Aufstehen um 8 Uhr morgens schon direkt ein Video hochgeladen zu diesem Ganzen. Da gab es noch nicht allzu viele Informationen, wenige, eigentlich eine Stunde danach habe ich ja direkt mein Video gemacht. Da war leider noch nicht wirklich viel zu dem ganzen Thema bekannt. Ich habe ja direkt vermutet, dass es eine Marktmanipulation ist, aber das Ganze hatte doch deutlich größere Ausmaße nochmal, als ich eigentlich gedacht hatte. Das heißt, bleibt auf jeden Fall mal dran, denn ich denke mal, ihr wollt auch wissen, wie sich diese Manipulation jetzt auf den Verlauf des Bitcoin-Kurses in den nächsten Tagen und Wochen auswirken wird. Ansonsten würde ich sagen, machen wir natürlich wie in jedem Video das 50 Dollar Bitcoin-Giveaway. Falls ihr daran teilnehmen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button und schreibt mir natürlich mal einen Kommentar mit eurer Bitcoin-Adresse und eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Ich würde sagen, schauen wir doch direkt mal, wer der glückliche Gewinner ist. Das ist der liebe Dennis Bucher und er schreibt, bin mir gerade noch nicht sicher, ob wir wieder direkt hochgehen nach diesem Dip. Aber wie immer, gutes Video. Danke, freut mich auf jeden Fall, dass dir mein Video gefallen hat. Klar, als ich mein Video gestern um 8 Uhr hochgeladen habe, da war natürlich noch überhaupt gar nicht abzusehen, wo sich der Bitcoin-Kurs dann in den nächsten Stunden oder jetzt auch bis heute dann erstmal hinbewegt. Ja, momentan ist es auch immer noch sehr schwierig zu sagen, aber ich glaube mittlerweile kann man dann doch schon wieder ein bisschen was dazu sagen, nachdem sich der Kurs jetzt so ein Momentchen wieder stabilisiert hat. Also ihr wisst ganz genau, Leute, diesen Drop, der war eigentlich wirklich nichts zu erwarten. Also es sah ja alles ziemlich gut aus. Wir waren in einer Bull-Flag, alles war sehr bullish. Eigentlich war meine Erwartung so, dass wir auf jeden Fall früher oder später aus dieser Bull-Flag nach oben ausgebrochen wären. Wir hatten hier auch ein Ascending Triangle und alles, was sich gebildet hat. Das heißt, es sah alles sehr, sehr bullish aus. Wir hatten natürlich nur so ein bisschen eine bearische Divergenz. Da bin ich ja schon gestern im Video drauf zu sprechen gekommen. Aber was ist hier dann genau passiert? Wir haben eine, oder Bitcoin ist Opfer einer riesigen Marktmanipulation gewesen. Mit einer Größe von insgesamt 5000 Bitcoin wurde nämlich auf der Börse Bitstamp abverkauft. Aber nicht nur das, Leute. Was hat dieser Price Drop jetzt hier diesen Marktmanipulatoren in Anführungszeichen gebracht? Das Ganze ist tatsächlich auch noch im Zusammenhang mit einem Börsen-Hack. Das heißt, da ist nicht nur Marktmanipulation betrieben worden, sondern Bitstamp wurde auch anscheinend gehackt. Oder ein Insider hat damit geholfen. Also da wird jetzt, wie gesagt, gerade noch Investitions gemacht. Und zwar war das Ganze dafür gut, um natürlich auf Bitmax eine riesige Short-Position zu haben. Das heißt, diese Marktmanipulatoren haben den Markt geshortet auf Bitmax mit einer riesigen Position. Wie viel jetzt genau war wahrscheinlich auf verschiedenen Accounts. Das heißt, wie viel genau jetzt von den Marktmanipulatoren war, kann man natürlich jetzt nur sehr, sehr schwierig sagen. Aber was haben diese Marktmanipulatoren gewusst und was haben die gemacht? Was die schon mal weil wussten, ist, dass Bitmax eigentlich eine einzige Schwäche hat. Und da muss ich auch wirklich sagen, das muss Bitmax in Zukunft sehr, sehr, sehr schnell beheben. Und ich denke mal, der wird sich jetzt auch im Bitmax-Team jetzt momentan direkt schon darum gekümmert. Und zwar nimmt Bitmax oder der Bitmax-Kurs setzt sich aus zwei Kursen zusammen. Und zwar einmal aus dem Bitcoin-Kurs auf Coinbase und aus dem Bitcoin-Kurs auf Bitstamp. Coinbase und Bitstamp sind eigentlich beides Exchanges, die jetzt nicht dafür bekannt sind, die beste Liquidität zu haben. Was ist jetzt genau passiert? Diese Marktmanipulatoren wussten natürlich ganz, ganz genau, dass sie den Kurs bei Bitstamp runter manipulieren. Dann wird natürlich der Durchschnitt zwischen Coinbase und Bitstamp genommen. Und dann ergibt sich sozusagen der Bitmax-Kurs in Anführungszeichen. Und dann hat man natürlich auch noch Arbitrage-Bots und sowas, die da drauf anspringen und so weiter und so fort. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut geplant, muss man sagen. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben wahrscheinlich eine riesige Position bei Bitmax gehabt, eine riesige Short-Position. Vielleicht auch mit einem Zehnerhebel oder irgendwie sowas. Also eine riesige Position. Und haben dann insgesamt 5000 Bitcoin auf Bitstamp verkauft. Das heißt, logischerweise in der Zeit, wo die die verkauft haben, die Bitcoin konnten sie natürlich zu einem billigen Kurs dann zurückkaufen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann in Anführungszeichen natürlich direkt einen Long-Squeeze hatten. Das heißt, die ganzen Leute, wie zum Beispiel auch ich, die jetzt Long waren. Klar, ich hatte meinen Stop-Loss natürlich im Profit. Das war jetzt nicht allzu schlimm. Aber was natürlich passiert ist, als die ganzen Positionen geschlossen wurden, musste man natürlich Bitcoin verkaufen. Das hat den Kurs dann noch weiter runtergedrückt. Das heißt, diese 5000 Bitcoin haben natürlich ausgereicht, um einen riesigen Long-Squeeze zu verursachen, wodurch der Kurs noch weiter runtergegangen ist. Das heißt, nachdem die ihre ganzen Bitcoin verkauft hatten, konnten sie diese Bitcoin schon mal an sich zum selben oder zu einem ähnlichen Preis zurückkaufen. Das heißt, allein mit ihrem Abverkaufen von den 5000 Bitcoins auf Bitstamp haben sie kein großartiges Minus oder sowas gemacht. Ja, also das war ja schon mal kein großartiges Minusgeschäft. Und dann haben sie natürlich den Kurs von Bitmax komplett in den Keller auch mit runtergerissen und konnten da natürlich dann ihre Short-Position wirklich, ich will gar nicht wissen, was da für Profite gemacht wurden. Auf jeden Fall zweistellige, ich könnte mir sogar eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass da dreistellige Millionenbeträge Profit gemacht wurden. Und das ist natürlich so eine Sache. Der Kryptomarkt kann leider immer noch Opfer werden von Marktmanipulationen. Und ich meine 5000 Bitcoin, das ist natürlich viel Geld, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht etwas, was sich aus der Reichweite von vielen Leuten befindet. Also viele Leute hätten die Möglichkeit gehabt, so eine Marktmanipulation durchzuführen. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass es jetzt nicht allzu lange dauern wird. Wie gesagt, ich denke, Bitmax wird da relativ schnell jetzt eine Änderung vornehmen und Bitmax natürlich wird auf jeden Fall relativ schnell eine Änderung vornehmen, damit nicht nochmal so eine Marktmanipulation passieren kann. Weil das ist natürlich gefunden, das fressen jetzt auch für die Medien, ah ja doch, Bitcoin ist alles super unsicher, Marktmanipulation, dies, das, bla 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 bla. Und man muss natürlich sagen, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass Bitmax, äh Bitstamp die ein oder andere Sicherheitslücke schließen muss. Denn nicht nur, dass sie den Kurs komplett runter manipuliert haben und damit logischerweise das gesamte Orderbook einfach aufgekauft haben bis 6200 Dollar runter. Nein, das war es noch nicht. Denn gleichzeitig wurde auch Bitstamp anscheinend irgendwie ein bisschen gehackt oder es wurde irgendein, da wird wie gesagt auch investigated, da update ich auf jeden Fall morgen, wenn da neue News rauskommt. Ähm, da wird natürlich jetzt gerade investigated bei Bitstamp, aber das Ding war auch, dass der Kaufknopf deaktiviert war. Das müsst ihr euch wirklich überlegen, auf Bitstamp, ja. Das heißt, selbst wären da Leute gewesen, die gesagt haben, oh ja, Bitcoin ist 300 Dollar gefallen, ich möchte kaufen, möchte kaufen, ja. Was dazu geführt hätte, dass ich denke, selbst auf einem Exchange wie Bitstamp, der natürlich jetzt nicht so eine riesige Liquidität hat, könnte ich mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass dann dieser Crash bei weitem nicht solche Ausnahmemaße angenommen hätte, weil der Kurs konstant die ganze Zeit, die hätten auf jeden Fall die ganze Zeit gegen viel mehr Buy-Orders dann neue kämpfen müssen, die natürlich dann im Sekundentakt auch reingekommen wären, wenn der Kurs so runter geht. Das Ding war aber einfach nur, wie gesagt, Bitstamp wurde anscheinend irgendwie gehackt oder vielleicht war auch ein Insider daran beteiligt, wie gesagt, weiß man jetzt alles noch nicht so ganz genau. Und der Kaufknopf auf Bitstamp wurde deaktiviert. Das heißt, man konnte nicht kaufen, die hatten das Orderbook vor sich, ja, sie haben gesehen, okay, wir brauchen 5000 BTC oder insgesamt haben sie, glaube ich, nur 3200 BTC oder sowas gebraucht insgesamt, um zum Beispiel das Orderbook komplett leer zu kaufen. Das heißt, alle Kauf-Orders, ja, bis 6200 Dollar runter konnten sie mit eben 3200 BTCs auskaufen, womit sie den Kurs natürlich auf Bitstamp direkt komplett auf 6200 Dollar runtergehauen haben. Dann kamen natürlich keine neuen Kauf-Orders in den Moment rein, weil es aus irgendeinem Grund, wie gesagt, der Kaufknopf deaktiviert war. Vielleicht war auch nur die Börse überlastet, aber es sieht momentan so aus, es wäre eher unrealistisch, es sieht eher danach aus, als wäre die Börse tatsächlich gehackt worden zu dem Zeitpunkt dann auch noch und als wäre halt in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch ein Insider daran beteiligt gewesen. Was dann natürlich passiert, die ganzen Arbitrage-Bots, ja, die ganzen Arbitrage-Bots und jetzt kommt das Witzige, sehen natürlich auf Bitstamp rasselt der Kurs übertrieben runter. Das heißt, was die natürlich machen wollen, ist auf Bitstamp natürlich kaufen und auf einem anderen Exchange billig verkaufen. Das funktioniert dann aber nicht, weil auf Bitstamp können sie nicht billig einkaufen. Das heißt, das zieht natürlich dann den gesamten Markt mit runter, weil natürlich die ganzen Arbitrage-Bots und das sind dann Algorithmus-Fehler und alles mögliche, was da dann passiert, was dann den gesamten Markt nach unten zieht, weil natürlich die Leute merken, ach du Kacke, der Kurs fällt hier komplett, wollen billig dann auf Bitstamp einkaufen, funktioniert aber nicht und dann, es hängt ja trotzdem alles relativ zusammen, auch wenn jetzt Bitstamp jetzt nicht so eine riesige Liquidität hat, hat dann, was zieht natürlich den Kurs auf den anderen Börsen auch so extrem runter, der Bitmax-Kurs. Die Leute sehen, ach du Heilige, auf Bitmax stürzt der Bitcoin auf einmal komplett ab und dann denken die sich, okay, dann verkaufe ich jetzt noch schnell auf zum Beispiel Coinbase oder so, wo der Kurs noch weiter oben ist. Ist im Endeffekt im ersten Moment auch wie jeden Fall auch schlau, weil zu dem Zeitpunkt weiß man natürlich nicht, was los ist. Man wusste nichts von Bitstamp, man wusste nicht, dass es Manipulation ist und so weiter und so fort, außer die Leute, die halt direkt gerade auf Bitstamp waren. Alle anderen Leute haben nur gesehen, bei CoinMarketCap das Durchschnitt und bei Bitmax natürlich vor allen Dingen, was natürlich die größte Exchange ist, die bei CoinMarketCap, sag ich jetzt mal, gelistet ist vom Volumen her. Das heißt, Bitmax hat dann natürlich einen riesigen Eigenfluss, dann auch auf den CoinMarketCap-Chart und alles und dann zieht natürlich alles runter, obwohl es noch auf einer Börse runter manipuliert wurde, mit Bitmax und sowas dann zusammen im Zusammenhang. Klar, wird alles runtergezogen und alles wird rot und dann findet natürlich auch ein Abverkauf auf den anderen Börsen statt, der natürlich dann nicht so stark ist, deshalb war ja zum Beispiel bei Coinbase und so der Kurs auch nicht so weit unten wie bei Bitstamp, aber das ist dann natürlich trotzdem eine Kettenreaktion und es hat natürlich jetzt sehr negative Auswirkungen auf den Markt, weil das unterbricht natürlich so ein bisschen jetzt gerade das bullische Sentiment, aber sieht immer noch alles sehr, sehr bullisch aus, muss man einfach sagen, es ist jetzt nicht allzu schlimm und ich sehe vielleicht hier sogar einen kleinen Vorteil, denn klar, wir hätten früher oder später mal eine 20, 30% Korrektur sehen müssen im Bullenmarkt, bevor wir richtig durchstarten und ich könnte mir vorstellen, dass diese Korrektur jetzt nicht mehr stattfindet, weil wir diese Korrektur jetzt in Anführungszeichen bereits hatten. Also dieses Ding hier, diese Liquidierung der ganzen Position, 250 Millionen wurden ja auch Bitmax liquidiert, das sorgt natürlich jetzt für eine unglaubliche Liquidität wieder im Markt und aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, dass dieser Crash dazu führt, dass wir eben keine große Korrektur haben müssen. Und wie gesagt, ich schaue jetzt hier gerade so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier so langsam wieder über 7.400 Dollar so gehen, hier auch die ganze Zeit weiter higher, wir haben ja hier schon wieder die ganze Zeit higher lows und higher highs, das heißt, ich könnte mir wirklich vorstellen, das ist ja hier schon wieder ein kleinerer Abtrendkanal, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Ganze, dass wir uns jetzt, dass wir schneller, sag ich jetzt mal, uns von dem Ganzen erholen als gedacht. Es ist aber jetzt noch zu früh zu sagen, ich lade natürlich morgen direkt ein Video hoch und werde euch dann natürlich direkt davon berichten, ob oder was jetzt die nächsten Tage so zu erwarten ist von Bitcoin. Momentan ist es einfach noch zu schwierig zu sagen, man muss mal schauen, was bei Bitstamp rauskommt. Positive News wäre natürlich, wenn Bitmax und sowas jetzt ein paar Sachen dagegen unternimmt, vielleicht ein paar mehr Börsen nimmt, um den Durchschnittspreis zu haben und so weiter und so fort, dass sowas halt einfach nicht mehr passiert, weil, naja, es schadet dem Markt dann doch schon in einer gewissen Weise, vor allen Dingen für neue Investoren ist das Ganze natürlich jetzt so eine Sache. Die haben natürlich jetzt im ersten Moment erstmal Angst. Ja, die haben sie jetzt, sind gerade vielleicht neu bei Bitcoin gekommen, man hört gerade wieder alles gut, alles, Bitcoin geht ab, nur positive News und dann zack, kommt wieder so eine Manipulation. Da kriegen die meisten Leute natürlich erstmal kalte Füße und ein bisschen Angst, wenn sie wissen, dass ihr Investment vielleicht einfach mal von einer einzigen Partei, gerade mal mit 40, 50 Millionen insgesamt, komplett einfach mal 20, 30 Prozent nach unten gezogen werden kann. Klar, die ganzen Long-Leute, die ganzen Leute, die auf Bitmax Long waren und so, ganz davon zu schweigen, wie viele Leute darunter jetzt gelitten haben unter dieser Marktmanipulation. Aber gut, kann man jetzt wirklich nichts gegen machen, das ist jetzt passiert. Wie gesagt, ich könnte mir halt das einzig Positive, was wir da vielleicht rausnehmen, was ich hoffe, dass wir da rausnehmen, ist halt wie gesagt das Ding, dass wir jetzt keine größere Korrektur mehr sehen werden, weil halt eben diese Liquidität schon wieder mit diesem ganzen Long-Squeeze sozusagen jetzt geschaffen wurde durch diese Manipulation. Aber naja Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch für mich gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren und schreibt mir, wie gesagt, einen Kommentar mit eurer Bitcoin-Adresse und eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, sehen wir uns morgen wieder in einem Video. Da losen wir dann auch den Gewinner auf. Euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist gutes Wetter. Fällt mir gerade nur so ein, weil bei mir gerade die Sonne rauskommt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.